Aber ich will's schaffen. Ich will zumindest noch dieses verkackte Level schaffen. Ich hab noch volle, volle Energie. Muss ich, bin ich vielleicht, bin ich vielleicht zu groß für da hinten oder was? Never ever gonna fake ever pavor Mario Kava clever. Doch, ich kann da springen. Ich weiß es genau, es geht. Kann ich hier kleiner werden, ohne dass ich... Alter! Alter! Zum Glück habe ich noch nicht aufgegeben. Sonst hätte ich ja schon längst aufgegeben. Okay, ich muss klein sein. Das gibt mir so viel neue Kraft, wischtest du es ab? Nochmal, wies es mir neue Kraft gibt. Vielleicht auch ein Nachteil, wenn man klein werden muss. Vorhin habe ich kurz, ein Stück weiter davor, bin ich doch eh irgendwo klein geworden. Und dann habe ich aber noch mal neu geladen, weil ich dachte, naja, naja, groß sein wird ein Vorteil sein. Aber no! It's not a fucking Vorteil! Sorry Leute, ich kann heute einfach nicht verrückt werden. Ich bin zu gut gelaunt. Doch nicht! Ich bin doch nicht gut gelaunt! Willst du die Nachbarn? Jan, Mensch, warum bist du heute nicht so gut gelaunt und so los? Ja doch, ich bin heute nicht so gut gelaunt. Ihr werdet es nicht glauben, unsere Verschissene... Sie ist nicht wirklich verschissen, aber unsere scheiß Mülltonne wurde nicht abgeholt, weil irgendein Hammel einen Plastiksack oben reingelegt hat. Ich will nicht, dass ihr so wücht seid. Es ist immer noch nach wie vor Kinderprogramm, ja? Es ist Super Mario, okay? Es ist ab 6 oder so, ja? Wow! Fuck, man! Das ist ja keine Mist. Kinderprogramm. Rausschneiden. Tja, ich habe keinem was rausgestellt und ihr wisst nicht, was es ist. Es wäre so edel, wenn du springen würdest, Omaaa! Aber ich kann es schaffen! Ich werde so Spaß haben, die Scheiße hier dann zu schneiden. Eine Milliarde Fehlversuche und einer der geklappt hat, wiss? Hoffentlich! Ich gucke in die Zukunft und weiß es schon. Ich werde es schaffen, denn ich bin... Jimmy! Oh Gott, hoffentlich habe ich auf den richtigen gesaved. Das sieht irgendwie unmöglich aus. Oder auch nicht! Ich habe nicht gespeichert! Fuck! Okay, okay. Also, ich habe beide Speicherstände... Ich habe beide Speicherstände zerstört. Unbrauchbar gemacht. Erstmal ein bisschen ausgerastet, ne? Mal schönes Gesicht gewaschen. Mal hat er eben noch gesehen, bevor ich die verfickte Kamera... Ich mache ein Deal mit euch! Eigentlich wollte ich jetzt meine Webcam aufessen. Aber... Wir machen es so. Wir machen es so. Hört mir mal zu. Ich werde mich jetzt erstmal einweisen lassen. Wenn ich rauskomme und die tausend Abonnenten habe, und dann hier irgendjemand sagt, hey mach Mario weiter, dann mache ich es weiter. Ich zeige es euch. Ich habe mich jetzt ein bisschen abgeregt. Achtung! Ich habe doch zwei Speicherstände, ne? Ich zeige es euch hier in der Facecam und dem Ding. Diesen hier. State 0. Achtung! Der liegt... Richtig. Im Game Over. Ja. Tja, ich habe aber noch den anderen, mit dem wir jetzt vorhin gesprungen sind. Wisst ihr, wo der liegt? Da. Na, ist es cool oder ist es cool? Hier bei dieser Passage, die eigentlich nicht schwer war. Diese scheiß Überbeleuchtung jetzt. Haut mal einmal auf die Cam. Wisst ihr, was für ein T-Shirt ich heute anhabe? Guck mal. Ne. Nicht Mr. Happy. Also wenn sich bei 1000 Abonnenten auch jemand überhaupt an das Spiel erinnert, was hoffentlich nicht der Fall sein wird, dann werde ich das machen. Man sieht doch nicht, ob meine Nase überlichtet bin ich. Egal. Ich wollte gar nicht wissen, wie du bist. Es hat sehr lange gedauert für einen Misserfolg. Ich muss jetzt auch, ich muss andere Dinge noch machen. Es gibt noch andere Spiele, die vorgeschlagen wurden. Kaizo Mario war jetzt nur eins von, was weiß ich wie vielen. Ich bin froh, dass es so erfolgreich jetzt war. Okay, wir machen es so. Wir machen es so. Entweder, wie ich vorhin gesagt habe, Kanal erreicht 1000 Abonnenten und irgend erreicht ein einziger irgendjemand schreibt, du musst Kaizo Mario jetzt noch weitermachen. Dann mache ich es. Oder wenn ihr jetzt 20 Leute sollen schreiben, mach Kaizo Mario weiter. Himmelnase. Dann mache ich es weiter. Aber erst wenn 20 Leute das geschrieben haben. 20! Weil ich will euch jetzt nicht komplett wegnehmen, wenn ihr da so hart pimmelig drauf abfahrt. Jetzt habe ich mir das Ding auf die Eier ge... Ich kann echt nicht mehr. Ich wollte Battlefield aufnehmen vor ein paar Tagen. Kaizo Mario, pimmelt mich weg. Die zwei Optionen gibt es. Sonst wird es keinen Kaizo Mario mehr geben. Außer ich habe irgendwann voll Bock drauf, wieder zu sterben. Scheiß... Alter. Alter, ich habe eine Mücke gefangen. Aber nicht so eine große Fette. Ich habe das gesehen gerade eben. So eine Fruchtfliege. Der Mario macht die Reflexe gut. Ich mache gerade weiter. Naja, ihr wisst jetzt Bescheid. Bis zum nächsten Mal, gell. Ciao, ciao. Wie sehen Sie uns? Ich habe hier hinten so sick. Und das ist eines von den Rädern, ja... Und ich habe nochmal die Farbe drauf, hier habe ich eine granting Rot-Metriege aufgenommen. Dochlica Jesti mitsch Visa,